Krypto-Mining. Ja, viele betreiben es, sei es in der Form wirklich mit Cloud-Mining, mit Solo-Mining oder mit Pool-Mining. Doch wie wird das Ganze jetzt eigentlich versteuert und was musst du dazu auch wissen, damit du vor allem auch in der Steuererklärung keine Fehler machst? Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, es ist so, was ist denn erstmal Krypto-Mining? Also man kann sich das so ein bisschen sehr vereinfacht vorstellen, dass im Rahmen des Mining-Prozesses Kryptowährungen neu erstellt werden. Das ist nicht ganz technisch korrekt, aber für den eigentlichen Ablauf ist das auch fürs Verständnis eine einfache Möglichkeit, sich das ganz einfach so vorzustellen. Krypto-Mining ist wie gesagt aber im Generellen ein Prozess, bei dem hier die Validierung zum Beispiel von bestimmten Transaktionen auf der Blockchain ganz einfach validiert wird. Bedeutet, es braucht ja immer hier den Prüfenden, der dann sagt, okay, diese Transaktion bestätigen wir oder diese Transaktion bestätigen wir nicht. Genau dieser Prozess macht es auch beim Krypto-Mining bzw. grundsätzlich in der Welt der Blockchain so einfach, dass man sagt, diese Systeme sind so sicher, weil zum Beispiel so etwas wie Double-Spend oder sage ich mal Fake-Transaktionen hier nicht so einfach möglich sind. Es gibt hier aber auch Kryptowährungen, bei denen ist das Mining etwas anders aufgebaut. Grundsätzlich gibt es ja auch als Alternative noch das sogenannte Staking, auf das wir auch noch eingehen werden. Aber Krypto-Mining ist hier wirklich eigentlich ein komplexes mathematisches Rätsel, was gelöst werden muss zur Generierung oder in dem Fall zur Validierung von neuen Kryptowährungen. Jetzt ist es auch so, dass man sich hier schon die Frage stellen muss, wenn man diesen Prozess hat, wie wird das Ganze eigentlich richtig versteuert? Und das ist im Großen und Ganzen relativ einfach, wenn man, sage ich mal, die Dokumentation sauber macht. Denn grundsätzlich ist es so, dass hier auch weltweit, egal wo du unterwegs bist, in vielen Ländern Krypto-Mining als Erträge auf das Einkommen und sogar als gewerbliche Tätigkeit deklariert werden. Einzige Besonderheit ist hier in dem Zusammenhang in manchen anderen Ländern gilt das Krypto-Mining als sogenannte ausländische Einkünfte. Und diese sind in manchen Ländern sogar steuerlich befreit. Da haben wir jetzt auch schon was zu unserer internationalen Reihe gemacht, wo ich immer mal wieder auf das Krypto-Mining als solche oder Kryptowährungen eingehe bei den bestimmten Ländern. Und da ist es schon mal so, es gibt hier einige Themen, die man wissen muss. Denn ganz klar ist es zum Beispiel auch an dieser Stelle, dass man hier sich schon die Frage stellen muss, fällt hier überhaupt Einkommenssteuer an oder Kapitalertragsteuer? Also ganz wichtig bitte an dieser Stelle, die Kapitalertragsteuer, komme ich später noch dazu, ist hier grundsätzlich bei Krypto-Mining nicht der Fall. Also beim normalen Krypto-Mining, wo ich, was weiß ich, ein Mining-Rig hier oder ein ASIC-Miner oder irgendwas hier stehen habe. In dem Zusammenhang ist es aber so, dass in Deutschland das Krypto-Mining als inländische Einkünfte gilt. Das hat auch das BMF im Jahr 2022 relativ klargestellt, wo man dann sagen kann, hier fällt der persönliche Steuersatz erst einmal an. Bedeutet, hier an der Stelle ist es schon so, es sagt, okay, der Steuersatz 0 bis 45 Prozent. Hat auch in dem Zusammenhang zur Folge, dass wenn ich hier in irgendeiner Form Einkommen habe, also ich bin angestellt oder ähnliches, dann wird das Krypto-Mining obendrauf gezählt und erhöht dann mein zuversteuerndes Einkommen und in der Folge meinen Steuertarif bzw. Steuersatz. Ganz wichtig auch, was ich immer wieder höre, ist, unter welche Steuerklasse fällt denn das Krypto-Mining? Da das Krypto-Mining entweder private Vermögensverwaltung in manchen Bereichen ist oder gewerbliche Tätigkeit, gibt es hier keine Steuerklassen. Denn Steuerklassen sind ja ausschließlich hier für Arbeitnehmer gedacht, die Steuerklassen 1 bis 6 bzw. es gibt auch noch welche in der Erbschaft und Schenkungssteuer. Aber für gewerbliche Tätigkeiten gibt es keine in irgendeiner Form vorhandene, ganz einfach Steuerklasse. Bevor wir weitermachen, eine kurze Frage. Kennst du schon unseren Online-Kurs Kryptowährungen und Steuern? Speziell entwickelt für Steuerkanzleien und Unternehmer. Werde jetzt zum Krypto-Experten und lerne alle Grundlagen rund um Kryptowährungen, steuerliche Chancen und Risiken. Die richtige Vorgehensweise bei der Besteuerung von Bitcoin und Co. Und wie du als Kanzlei und Unternehmensmandat bezüglich interner Prozesse optimieren sollst. Nach dem Kurs kannst du deine Unternehmensmandate sicher zu Bitcoin und Co. beraten und deine Kanzleiprozesse intern optimieren. Und als Unternehmer weißt du genau, was bei Einkünften und Verlusten durch Kryptowährungen zu beachten ist. Im Online-Kurs bekommst du mehr als 3 Stunden Erklärvideos für über 40 Lektionen, ein 60-seitiges Workbook und jede Menge Tipps und Tricks direkt von mir als Steuerberater. Starte jetzt mit unserem Online-Kurs und werde zum Krypto-Experten. Alle Infos findest du auf steuermekopf.de oder unten in der Videobeschreibung. Und weiter geht's mit dem Video. Einkommenssteuer. Ich muss Einkommenssteuererklärung machen und dementsprechend auch alles dementsprechend ausfüllen. Entweder kann es das Punkt Nummer 1 sein, wo wir auch in unseren Jahresvideos immer drauf eingehen. Es kann hier zum Beispiel die Anlage SO sein, wenn ich zum Beispiel hier in irgendeiner Form Pool-Mining betreibe, im kleinen Umfang oder auch natürlich Cloud-Mining. Wobei heutzutage eher das Pool-Mining bzw. Solo-Mining den bewerblichen Bereich zuzuordnen ist. Was dann wieder bedeutet, es muss auch hier, dass alles richtig sauber in der Anlage geht, mit einer EUR oder Bilanz erklärt werden. Die Kryptowährungen werden auch schon steuerpflichtig in dem Zusammenhang, wenn mir das auf der Wallet zufließt. Es spielt keine Rolle, wann ich das auszahle in Euro, US-Dollar oder sonstiges. Völlig irrelevant. Im Zeitpunkt des Zuganges wird hier darauf abgestellt, dass der Zufluss stattgefunden hat. Das bedeutet, ich muss in dem Zeitpunkt, wo das Ganze auf meiner Wallet gut geschrieben ist, diese Einnahmen auch dann versteuern mit meiner Jahressteuererklärung. Das bedeutet, einmal im Jahr schreibe ich alles zusammen mit den entsprechenden Wechselkursen an dem Tag oder zur jeweiligen Sekunde. Und da haben wir auch schon ein Video gemacht, wie man das machen kann. Das läuft zum Beispiel mit Cointracking ab und wenn ihr im gewerblichen Bereich seid, dann könnt ihr auch noch Steuertools nutzen. Beide Links findet ihr unten in der Infobox. Da könnt ihr zum Beispiel unseren Link von Cointracking nutzen oder auch direkt zu Steuertools gehen. Da haben wir auch schon ein paar Videos gemacht dazu, wie das funktioniert. Wie man sehr, sehr schnell und einfach zum Beispiel auch Kryptowährungsdaten in Dativ-Kanzler-Rechnungswesen bekommt, wenn du zum Beispiel auch Steuerberater bist. Eine Steuer, die auch noch so nebenbei mitkommt, das ist an der Stelle hier die Gewerbesteuer. Bei der Gewerbesteuer ist es so, dass hier grundsätzlich, wenn es gewerblich ist, diese Gewerbesteuer anfällt. Bist du hingegen, wie gesagt, im Cloud-Mining oder im kleinen Pool-Mining, wo du vielleicht eine Grafikkarte mitlaufen hast und am Browser-Plugin mitläuft, dann ist das eher, sage ich mal, private Vermögensverwaltung. Bist du hingegen, wie gesagt, hier in demjenigen, der schon, sage ich mal, so 5, 6, 7, 10 Grafikkarten irgendwo aufgebaut hat oder auch zum Beispiel Helium-Mining betreibt oder andere umfangreiche Tätigkeiten, dann hier im Proof of Space, Proof of Capacity oder sonstiges, wo wir auch noch dazukommen, dann ist es durchaus so, dass hier die Gewerbesteuer anfällt. Die ist ganz einfach abhängig von deiner Gemeinde, wie hoch dort der Hebesatz ist. Im Bundesdurchschnitt sind das circa 15%. Jetzt wirst du aber natürlich sagen, boah, jetzt zahle ich hier an der Stelle Einkommensteuer, vielleicht 30, 35% Einkommensteuer und dann kommt nochmal 15% Gewerbesteuer obendrauf. Stimmt das oder ist das überhaupt richtig? Nein, da kann ich dir auch hier ganz einfach sagen, das ist nicht ganz richtig. Ab einem im Grunde Gewinn ungefähr von 24.500 Euro zahlst du zwar Gewerbesteuer, dies aber bis zu einem Hebesatz des 400%igen hier anrechenbar, bei der Einkommensteuer. Das heißt, das bedeutet, die gezahlte Gewerbesteuer mit einem Hebesatz von 400% kann an der Stelle bei der Einkommensteuer voll angerechnet werden. Eine Mehrbelastung entsteht hier lediglich dann, wenn du an der Stelle hier ganz klar zum Beispiel über 400% einen Hebesatz hast. Das gibt es in manchen Gemeinden, das sind 500, 600% und diese Mehrbelastung würde dann dazu führen, dass dir hier ein höheres Steueraufkommen entsteht. Wie du das Ganze auch berechnest, ist an der Stelle ganz einfach zum Beispiel 400 mal 3,5, denn 3,5 ist immer der Umrechnungsfaktor. Und bei diesem standardmäßigen 3,5 kommen wir dann auf eine ungefähre Steuerbelastung von 14%. Soll das wie gesagt darüber gehen, dann wird jedes Mal hier ein bisschen prozentual das Ganze nach oben gedreht. Aber wie gesagt, an der Stelle ist es so, wenn das hier natürlich anrechenbar ist, keine Mehrbelastung. Bist du wie gesagt in der Gemeinde mit einem Hebesatz über 400%, dann ist es wirklich so an der Stelle, dass man hier ganz klar sagen muss, okay, das ist eine Mehrbelastung. Aber auch dafür gibt es die einen oder anderen Tricks, das zu reduzieren. Jetzt kommt noch ein Thema, wo es immer wieder heißt, ja Roland, aber es gibt doch auch immer wieder so Kapitalertragssteuer bei Kryptowährungsmining. Hier muss man sagen, das darf man nicht verwechseln. Es gibt durchaus die rechtliche Auffassung, dass an der Stelle beim Liquidity Mining, also nicht klassisches Kryptomining, sondern Liquidity Mining, die Kapitalertragssteuer anfällt. Das ist relativ umstritten, denn beide Meinungen sind hier, sage ich mal, relativ nachweisbar mit dem Gesetz. Zum einen ist die Argumentation, dass beim Liquidity Mining es sich um sogenannte Anteile an den Pools handelt, also Shares. Und Shares, auf Deutsch übersetzt, sind ja Anteile bzw. Aktien. Was bedeutet, hier sagt man ganz einfach, das sind so Anteile, dementsprechend Kapitalertragssteuer. Anders ist es, in der privaten Vermögensverwaltung ist es durchaus so, dass man sagen kann, hier wird es als sonstige Einkünfte miterfassen. Das heißt, hier gibt es immer wieder diese leichten Verwechslungen. Grundsätzlich rechtlich sind beide Auffassungen theoretisch korrekt. Da muss man ganz ehrlich sagen, muss man warten, bis der BfH oder ein Finanzgericht, ein Urteil zu diesem Bereich spricht. Denn dann wissen wir genau, ob beim Liquidity Mining Kapitalertragssteuer greift oder die Leistungen nach § 22 CSTG. Ganz wichtig aber, habe ich vorhin im Video schon gesagt, Dokumentation. Wir empfehlen dir an der Stelle Cointracking, findest du unten den Link von uns in der Infobox und natürlich in dem Zusammenhang dann auch Steuertools. Wenn du in dem Zusammenhang aber nur ab und zu mal so ein bisschen Mining betreibst, was musst du aufzeichnen? Du musst aufzeichnen, wann du den Coin erhalten hast, also das Datum, wann du ihn erhalten hast. Du brauchst den Wert zum Zeitpunkt des Zuflusses, also dann, wenn er auf deiner Wallet gut geschrieben worden ist. Dann entsprechend die Betriebskosten, was dir an Strom, was dir sonst irgendwie an Kosten entstanden ist, Abschreibungen, sonstiges, musst du hier ganz einfach mit aufzeichnen. Und dann natürlich Datum und Wert beim Verkauf des Coins, weil wenn du im Gewerbe bist, dann ist es ja hier so, dass auch das immer steuerpflichtig ist. Hingegen bei der privaten Vermögensverwaltung wäre das steuerfrei. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020